Herzlich willkommen bei der Garage Wisma AG an der Hamastraße 2 in Rotkreuz. Ihr offizieller VW- und Audi-Händler mit Persönlichkeit. Die Garage Wisma AG ist ein Familienbetrieb mit rund 20 Mitarbeitern und wird seit mehr als 25 Jahren mit viel Freude und Erfolg von Hans-Peter Wisma geführt und immer mehr von seinem Nachfolger, Schwiegersohn Stefan Huvieler unterstützt. Im Vordergrund unserer Geschäftsphilosophie steht die persönliche, individuelle und kompetente Beratung unserer Kunden. In unseren beiden Ausstellungsräumen präsentieren wir Ihnen die vielen verschiedenen Modelle. Mit Volkswagen bieten wir Ihnen eine Marke, die durch Innovation und technologischer Kompetenz immer wieder neue Maßstäbe bringt. Eben typisch das Auto. Alle Fahrzeuge mit den vier Ringen haben eines gemeinsam, Vorsprung durch Technik. Das ist heute Benchmarkt im Premium-Segment. In angenehmer Atmosphäre beraten, erklären und zeigen wir Ihnen unsere Modelle und Sie können Ihr Fahrzeug individuell zusammenstellen. Auf einer Probefahrt haben Sie die Möglichkeit, den Fahrspaß zu spüren. Wir freuen uns auf Sie. Unser Kundendienst-Team betreut Sie auf allen drei Servicemarken, Audi, VW und VW-Nutzfahrzeuge mit großer Erfahrung und Kompetenz. Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie und besprechen Ihren Auftrag bei der Fahrzeugannahme. Unterstützt wird der Kundendienst von einem dynamischen und motivierten Werkstattteam, das durch eine kontinuierliche Ausbildung erstklassige Arbeit an Ihrem hochentwickelten Fahrzeug leistet. Als Ausbildungsbetrieb von Lehrlingen sichern wir uns die Wissensqualität für die Zukunft. Wir freuen uns, Sie persönlich, individuell und kompetent zu beraten. Die Garage Wisma AG mit Persönlichkeit.